Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen und auch nochmal frohe, frohe Weihnachten von meinerseits. Ich hoffe ihr habt gestern einen schönen Tag mit euren Freunden, Familien gehabt, konntet ein bisschen abschalten, hab ich auch, ich hab mich komplett von Charts und sonstigen gestern Abend einfach mal ferngehalten, muss auch dazugehören, meines Erachtens nach vor allem mal Weihnachten. Bitcoin rührt sich kaum, wir befinden uns in einer sehr, sehr engen Range, deswegen werden wir uns heute mal um die Psy-Range ein bisschen kümmern und schauen, welche Möglichkeiten da jetzt auf uns zukommen. Doch bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gerne ein Like da lassen und ja, auch gerne in die Telegram-Gruppe, in die Talk- und Signal-Gruppe kommen, auch wenn da jetzt momentan aufgrund der Marktlage nicht wirklich viele Signale kommen, trotzdem. Gut, wie gesagt, momentan bei ungefähr 16.800 US-Dollar, wir blicken ganz kurz mal in den Traders-Reality und wir müssen da sehr, sehr nah ran suchen. Wir haben eine neue Psy-Range gebildet, die geht einerseits von 16.850 bis 16.800 und was haben wir hier? 5 US-Dollar, also wir haben hier eine Range zwischen 45 US-Dollar. Kann ich mich auch noch nicht daran erinnern, seit ich den Indikator nutze, dass wir so eine enge Range hatten. Trotzdem könnte die meines Erachtens entscheiden werden. Klar, es sind immer noch Feiertage, viele mit ihren Familien unterwegs, wenig Trading-Volumen, das sehen wir auch hier unten am Volumenprofil. Überhaupt nichts im Markt momentan, deswegen hat sich hier auch grundlegend sehr, sehr wenig geändert. Trotzdem, die Range müssen wir im Auge behalten, je nachdem, ob wir da heute vielleicht schon einen Breakout sehen oder morgen. Natürlich sollten wir hier mit einem Vektor nach oben hin ausbrechen und eine Bestätigung auch sehen, aber wie gesagt, die Range ist sehr, sehr eng. Auch auf einen 1-Stunden-Chart, wir haben aber trotzdem weiterhin, der Vektor wurde gefüllt, weiter unten haben wir noch einen bei 16.490. Das ist unser 15-Minuten-Vektor, um auch mal hier nochmal ganz kurz in den kleineren Timewrits zu gucken. Seht ihr hier unten, da ist auch unsere Weiter- und unsere Long-Order, da liegt auch das Last-Week-Low, momentan zumindest. Also ich erwarte weiterhin irgendwie noch heute vielleicht sogar Bewegung. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir heute wieder so einen richtig langweiligen Tag sehen. Eher, dass wir uns jetzt langsamer für eine Richtung entscheiden und das würde dann sehr, sehr gut passen, wenn wir eben diese Psy-Range nach oben hin oder nach unten hin verlassen. Was wir dafür brauchen, wir müssen auf jeden Fall die Range verlassen. Ansonsten wäre ein bisschen Volumen doch schon wünschenswerter. Wir haben weiterhin hier oben bei den 17.050 noch eine Menge Volumen liegen. Der nächste Anker wäre dann hier unten bei den 16.500 US-Dollar. Momentan, wie gesagt, beide Positionen laufen noch, müssen aber so langsam aber sicher mal ein bisschen das Funding im Auge behalten. Ob das positiv oder negativ ist, das werde ich später nochmal ein bisschen raussuchen, weil es lohnt sich nicht über Tage oder so eine Position offen zu lassen, die sowieso nicht weit von unserem Entry entfernt ist. Da zahlen wir mehr Gebühren, als wir sonst was gemacht haben. Klar, wir haben schon Take Profits genommen. Trotzdem müssen wir mal darüber nachdenken, ob wir da nicht sogar die Position dann zumachen. Sollte es heute und morgen keine Bewegung geben, werde ich die sehr, sehr wahrscheinlich dann auch zumachen. Ansonsten blicken wir mal ganz kurz auf den Daily-Time-Film, wie es da aussieht, um mal ein bisschen so Überblick zu bekommen. Klar, wir sind weiterhin übergeordnet in unserem riesigen Falling-Vedge. Es gibt wieder Binance, FUD und Sonstiges. Wir kommen gleich auch nochmal zu den News. Wir haben ja gestern schon darüber gesprochen, Binance kauft Voyager. Also wenn es nach Kohle geht, scheint es, die haben genug Kohle. Aber trotzdem, wie gesagt, es gilt immer noch, zieht eure Sachen von euren Börsen ab. Daran hat sich nichts geändert. Auf dem Daily-Time-Film auch hier sehr, sehr wenig Volumen. Auch hier eine minimale Range mit wenig Input. Die große Range hier, wo wir hier eingezeichnet haben mit diesen nach oben und nach unten, wo wir den WIC hatten zu den PCE-Daten, wird meines Erachtens noch gefüllt. Je nachdem, in welche Richtung zuerst. Für mich ist weiterhin eher so die Option, wir holen uns erst die Liquidität irgendwie da oben in dem Bereich zwischen 17.600 US-Dollar. Würde auch momentan sehr, sehr gut passen zu unserem Falling-Vedge-Widerstand und gehen dann nochmal deutlich nach unten, um die ganzen Vektoren zu füllen. Mehr gesagt, gibt es eigentlich kaum bei Bitcoin zu sagen. Die ganzen anderen Widerstände können wir mal ganz kurz gucken. Wo liegen die SMAs auf den 1-Stunden-Chart? Da halten wir Gutes als Supporter, also jetzt direkt unter uns, das ist schon mal ein gutes Zeichen auf den 1-Stunden-Chart. Wir blicken mal ganz kurz im 4-Stunden-Chart auch hier. Hier wird es dann schon ein bisschen kritischer, denn hier haben wir auf jeden Fall den Widerstand. Und den müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten auf dem 4-Stunden-Chart. 200er SMA ist nicht mehr zu spaßen. Ihr kennt es von den Altcoins. Wir sind zwar im RSI hier im 50er-Bereich, also im komplett neutralen Niveau. Nicht nur der Chart an sich ist neutral, auch der RSI. Trotzdem müssen wir da aufpassen. Wir brauchen mindestens ein Close über 16.900 US-Dollar, wenn es nach einem 4-Stunden-Chart geht. Wäre schon extrem wichtig. Wir schauen uns nochmal die Pivots ganz kurz dazu an. 17.200 über uns und bei 16.000 unten Support, was die Monats-Pivots angeht. Also auch hier wenig Änderung. Trotzdem 4-Stunden-Chart, 200 SMA bitte einmal im Auge behalten. Dann geht es rüber zu Ethereum. Gleiches Spiel, auch hier sehr, sehr wenig Veränderung. Wir befinden uns auch hier in einer sehr engen Range. Wir blicken auf den 1-Stunden-Chart. Schauen uns ganz kurz auch hier den Traders-Reality-Indikator an. Da sehen wir auch, okay, Range geht von 1.224 bis ungefähr 1.217. Also 7 Dollar haben wir hier in der Range. Also auch sehr wenig aussagekräftig. Wir sind unterm Daily Open. Hier wird es wichtig, eine von den beiden Ranges nach oben oder nach unten hin auf jeden Fall zu verlassen. Müssen wir im Auge behalten. Wir haben hier unten immer noch einen Vektor bei ungefähr 1.194 US-Dollar. Das ist eben das, was mich bei Ethereum eher noch ein bisschen bearischer stimmt, weil bei Bitcoin haben wir eben diesen Vektor schon geholt, bei Ethereum eben nicht. Und das ist noch so eine weitere Situation, wo ich nochmal eine Long-Position auf jeden Fall ins Setup in die Gruppe posten werde. So zwischen 1.202 und 1.194 wegen dem Vektor, wegen dem Golden Pocket. Und danach können wir von mir aus, wir machen den Indikator wieder aus. So, und die Pivots machen wir auch ganz kurz aus. So, und danach können wir von meiner Seite aus auf jeden Fall in Richtung 1.237, wenn nicht sogar 1.257 US-Dollar hochballern. Gut, dann XRP schauen wir uns auch mal noch ganz kurz an, nachdem wir ja das Update rausgehauen haben. Da ist die Linie wieder ein bisschen verrutscht. Also so, wir sind hier ein bisschen aus unserem Ascending Triangle ausgebrochen. Gut, hat viel mit der Seitwärtsphase zu tun. Ich würde sie sich überbewerten, weil wir hier seitwärts verlaufen. Ihr wisst aber auch, Pattern sollte man nicht zu überbewerten. Am besten zeichnet man sich hier oben einfach diese Range ein. Die ist nämlich deutlich, deutlich wichtiger und die geht bis 0.3560. Das müssen wir im Auge behalten. Ansonsten haben wir hier auch noch so einen kleinen Vektor. Der liegt bei ungefähr 0.3442. Zeichne ich mal ganz kurz hier live ein, damit ihr wisst, was ich meine. Einerseits hier den Vektor, einerseits die Ineffizienz. Also wäre auch hier Szenario eher nochmal hier die Liquidität abholen und dann sage ich mal Breakout nach oben. Und zumindest in dem Bereich der 0.3660, wenn nicht sogar 0.37 hier oben, wo unser Golden Pocket liegt, vorstoßen. Das ist jetzt erstmal so der Fahrplan für den heutigen Tag. Sollte die Psy-Range zuerst nach unten hinaus ausbrechen mit so einem kleinen Fake-Out, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Aufgrund der geringen Liquidität. Denn der RSI ist hier unten auch schon sehr, sehr tief bei XRP und Ripple. Gut, dann wollen wir das Video nicht zu lange in die Länge ziehen. Fleißige Krypto-Entwickler-Gemeinschaften 2022. Ja, das Jahr neigt sich zum Ende zu. Habe ich auch schon mal einen Text in die Gruppe geschrieben. Trotzdem wird weiter viel an vielen Projekten, sage ich mal, gearbeitet. Uh, Rang 5, Kusama, Polkadot, Ethereum, Cardano. Sehr, sehr interessant. Top Kryptowährung mit hoher Entwickleraktivität. Das freut mich. Zumindest die ersten zwei Ethereum bin ich nicht so investiert. Bin ich zwar drin, Cardano auch doch zu wenig, aber sehr interessant. Und natürlich Chaining, mein Favorit. Habe ich gestern übrigens auch noch ein Video rausgehauen. Gerne, gerne angucken. Und Krypto-Gesetz in Brasilien, Bitcoin ist jetzt Zahlungsmittel. So ganz unvorherfroren. Wir wissen noch damals, wie es bei El Salvador war. Riesenwelle gemacht. Ja, El Salvador war das erste Land. Ja, und jetzt ist es auch in Brasilien möglich. So ganz unter der Hand mal ein bisschen gemacht. Aber gut, schauen wir mal, wie sich das weiter, vor allem in Südamerika. El Salvador wird ja noch mehr Länder geben, glaube ich, da unten, die schon in den Schlaglöchern stehen. Schlaglöcher? Ne. Ach, ihr wisst, was ich meine. Es ist noch früher morgen. Äh, Krypto, ähm, ja. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Ansonsten gibt es keine weiteren News. Ähm, das war es von meiner Seite. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schöne Feiertage noch. Es wird später noch ein Video geben, heute Nachmittag. Und ja, dann war es das von mir. Genießt die Tage noch mit euren Familien und Freunden. Gerne ein Like da lassen, abonnieren, gerne in die kostenlose Signal- und Talk-Gruppe kommen. Das war es von mir. Bis später. Ciao, ciao und stay crypto.